Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heuchala und heute bin ich mir nicht für euch in World of Warcraft unterwegs, sondern wir wollen uns zusammen heute einen Bluepost angucken. Und hier hat Blizzard einen Bluepost rausgehauen, der sich um die Tank-Agro dreht. Mit dem nächsten Restart der Server wird das live kommen und zwar erhalten alle Tanks einen Agro-Bonus. Dieser Agro-Bonus soll 11% betragen, heißt 11% aus dem, was wir jetzt schon an Agro-Bonus haben. Aktuell war der Agro-Bonus für Tanks das 4,5-fache von dem, was sie am Schaden verursachen. Heißt, ihr macht nicht, wenn ihr 100 Schaden verursacht, 100 Agro, sondern das 4,5-fache davon an Agro. Das wird angehoben und 11% sind dann quasi das 5-fache von eurem Schaden an Agro. Jetzt ist die viel wichtigere Thematik an der Geschichte, dass wir ja auch noch das Herz von Azeroth haben und Blizzard hat uns dieses in BFA hochgebufft. Heißt, wenn ihr das Herz von Azeroth anhabt, dann habt ihr nicht das 4,5-fache an Agro gemacht, sondern das 6,75-fache an Agro. Also 6,75-fache, ne? Also was wir hier im Endeffekt haben. Das wird auch angehoben auf das 7,5-fache. Heißt, wir haben hier eine schöne Agro-Erhöhung. Jetzt ist aber die Problematik, wo wir das Ganze ein bisschen weiterdenken müssen und wo ich auch jetzt eine Weile nicht dran gedacht habe, dass wir irgendwann in Shadowlands natürlich das Herz von Azeroth nicht mehr tragen werden. Wir werden bessere Items bekommen. Das fällt dann irgendwann an der Stelle weg. Und wir rutschen dann von dem 7,5-fachen wieder zurück auf das 5-fache. Heißt, wir verlieren das 2,5-fache, also 250% Agro verlieren wir dann einfach. Ein Drittel von dem, was wir an Agro-Bonus haben, verlieren wir dann. Und das ist natürlich schon ein extremer Wert. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, wie sich das dann auf Raids, wahrscheinlich eher weniger, Bosse sind meistens nicht das Problem, aber vor allem 5-man-Dungeons auswirkt. Ich habe ja jetzt auch schon ein paar Raids getankt. Ich habe auch schon ein paar, also Raids aktuell mit teilweise noch Twings, beziehungsweise habe ich jetzt auch ein bisschen gelevelt mit einem Low-Level-Charme, ein paar Dungeons gemacht. Und was man vor allem auch merkt, sobald es ein paar mehr Mobs wären, hat man so ein bisschen das Problem, es gibt ja jetzt auch eine AE-Cap, dass man natürlich nicht mehr alle Mobs trifft. Wenn man dann natürlich auch weniger Agro erzeugt, wird es dann schwieriger, wenn man nur mit jedem zweiten AE-Hit vielleicht die Mobs trifft, die dann noch beisammen zu halten. Ich denke mal, deswegen hat Blizzard das auch ein bisschen gebufft. Den größeren Trouble sehe ich quasi darin, wenn wir das Herz dann nicht mehr anhaben, wie das Scaling dann wird. Das werden wir dann aber erst sehen, wenn Shadowlands rauskommt. Mich würde jetzt von euch interessieren, habt ihr vielleicht ein, zwei Tanks schon gelevelt oder spielt aktuell in BFA Mythic Plus, also oder Shadowlands jetzt, wie man es betiteln will, aber den BFA-Content noch quasi, eine Tank-Klasse spielt Dungeons. Merkt ihr das mit der Agro, dass ihr da Probleme kriegt? Oder sagt ihr, nee, ist eigentlich fein, muss nichts Großartiges getan werden? Mich wundert es so ein bisschen, dass sie jetzt so einen kleinen Buff bringen. Mehr interessieren wird es mich dann, wenn halt wirklich das Erdone raus ist, was es dann für eine Auswirkung hat. Eins kann ich noch sagen, ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe ein bisschen gelevelt mit einem Drill-Tank auch in dem Fall, in Red of the Lich King Dungeons. Und da war aber bei mir eher weniger die Agro-Problematik. Das ist zwar auch das ein oder andere Mal probiert, aber immer wenn ich Agro-Probleme gekriegt habe, bin ich vorher gestorben, weil das Scaling von den Mobs, was sie an Schaden verursachen, so meiner Meinung nach overtuned ist, dass man gar nicht in die Pedullie kommt, so viel zu pullen, dass man Agro-Probleme kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe teilweise eins vor Gruppen gepullt und wenn man manche Mobs nicht interrupted hat, war ich so schnell tot und auch die Gruppe, was davor nicht der Fall war. Also ich denke mal, da ist tatsächlich das Ärger-Problem das Damage-Scaling und dadurch, dass die Mobs so sehr reinhauen, also ich kann jetzt nur Aussage von den Red of the Lich King Dungeons treffen, nicht von den anderen, ich habe jetzt nicht alle gemacht, dass das Agro-Problem, sollte es zum Tragen kommen, man gar nicht hinkommt, weil man vorher verreckt, weil die Mobs so sehr reinhauen. Das war zumindest meine Empfindung und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der ganzen Thematik haltet. Denkt ihr, der Agro-Buff war notwendig, meinte man, man musste da vielleicht mehr machen oder wie hier in WoW in dem Artikel steht, die wären eher dafür, dass man den Tank-Schaden ein bisschen anhübt, weil wenn man den Grundschaden anhebt, müsste man den Multiplikator nicht so hoch setzen und dann würde das Problem auch quasi, ja, existenzlos. Kann ich mir, kann ich nur zustimmen, ich bin ja eh jemanden Tank, der relativ gerne mehr Schaden fährt und das würde natürlich mir ein bisschen die Karten spielen. Ich wäre vor allem dafür, dass man bei allen Tank-Klassen die E-Spells vom E-Cap runternimmt. Das wäre meine, ja, meine Lösung des Ganzen. Ich finde das E-Cap eh ein Käse, um ehrlich zu sein, aber für Tanks noch eine E-Cap, wenn Mobs adden, ist schwierig, ja, ist schwierig. Wenn ihr fünf oder sechs Mobs tankt und dann kommen noch drei irgendwie dazu, weil irgendein Gimmel noch was gepullt hat und ja, ihr wisst, das passiert in Dungeons und ihr aber nur fünf Mobs trefft, dann versucht mal alle einzufangen. Wird schwierig. Ich habe Drillet, habe Hauen, das trifft alle zum Glück, aber nicht bei allen Tank-Klassen ist es so gut gelöst. Mein Pranken-Heap trifft, glaube ich, sogar nur vier oder fünf, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, also da ist halt dann auch noch ein bisschen eine Problematik. Schreibt mir auch gerne rein, wie das bei eurer Tank-Klasse ist, wenn ihr jetzt was anderes als ein Drillet spielt. Meint ihr, da sind genug Zauber vom E-Cap befreit oder habt ihr da Probleme? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dann, ciao!